Herzlich willkommen zur Studieninformation an der Hochschule Ahlen. Mein Name ist Gerhard Schneider, ich bin Rektor hier an der Hochschule und ich freue mich, dass Sie wenigstens auf diesem Wege virtuell vor Ihren Bildschirmen an unserer Studieninformation teilnehmen. Es ist gut, dass Sie sich für ein Studium interessieren und es ist sehr gut, dass Sie sich für ein Studium an der Hochschule in Ahlen interessieren. Wir haben eine sehr gute Hochschule hier, das wird uns belegt durch verschiedene Umfragen von Studierenden und in der angewandten Forschung sind wir seit vielen Jahren auch bundesweit Spitze. Ich stehe heute hier vor unserem neuen Forschungsgebäude, das wir im November einweihen werden mit zwei Ministerinnen hier an der Hochschule auf einem immer stärker gewachsenen Campus, der wie unsere Hochschule in den letzten Jahren deutlich an Quadratmeter und an Studierendenzahlen zugenommen hat. So, im Studium können wir Ihnen eine gute Mischung aus Theorie und Praxis anbieten. Wir arbeiten sehr eng auch mit Unternehmen, häufig auch in der Region zusammen und haben deshalb auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Sie können in die Forschung hineinschnuppern und auch einen Einblick in die Start-up-Szene rund um unsere Hochschule erhalten. Informieren Sie sich heute bei dem Studieninformationstag über die Angebote unserer Hochschule, über die verschiedenen Studiengänge und insbesondere natürlich auch über das Bewerbungsverfahren. Ja, und dann freuen wir uns, wenn Sie uns, die Hochschule Ahlen, auf Priorität eins setzen. Und ich freue mich, wenn wir uns im Herbst in der Erstsemesterbegrüßung an der Hochschule möglichst in Präsenz treffen können. Vielen Dank. Vielen Dank.